Ich lerne Deutsch. Nummer 6880 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Töpfer ist dein Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt im dualen System. Töpfer ist ein Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt im dualen System. Das ist wie in Frankreich. Das ist wie in Frankreich. Wo hast du die leckeren Baguettes her? Möchtest du etwas essen? Möchtest du etwas essen? Wie wäre es mit einem Stück Erdbeerkuchen? Bevor wir uns zum Kauf entschließen, müssen wir uns das Haus natürlich erst einmal von innen ansehen. Bevor wir uns zum Kauf entschließen, müssen wir uns das Haus natürlich erst einmal von innen ansehen. Was würdest du gerne im Kindergarten ändern? Was würdest du gerne im Kindergarten ändern? Was würdest du gerne im Kindergarten ändern? In einem sonnigen Geist blühen die Blumen der Hoffnung. In einem sonnigen Geist blühen die Blumen der Hoffnung. Die aktivsten Köpfe sind oft diejenigen, die die größten Spuren hinterlassen haben. Die aktivsten Köpfe sind oft diejenigen, die die größten Spuren hinterlassen haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gib uns das finally zum nächsten Mal. Gib uns das die Einblütung. Das war's für uns. Wir sehen uns an den Augen. Obtoblich! Vielen Dank.